Ein Fußballtrikot über den Kopf gezogen, damit man sie nicht erkennt und in Badeschlappen. So wurden auf Mallorca die Tatverdächtigen einer Gruppenvergewaltigung von der Polizei abgeführt. In spanischen Medien werden die Männer aus Nordrhein-Westfalen als Manada Alemana bezeichnet, als deutsches Rudel. Seit dem Wochenende sitzen die fünf Urlauber in Untersuchungshaft. Was macht so ein schwerer Fall mit allen, die dort auf einer der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen gerade unbeschwert Party machen wollen? Meine Kollegin Astrid Huben hat sich das angesehen. Dort, wo in Palma gefeiert wird. Immer schon heftig. Genau, da turen wir weiter, auch dank ihm hier. Herzlichen Glückwunsch zu diesem weinroten Büchlein irgendwo in den Tiefen ihrer Chaos-Kommode. Das ist der zweitmächtigste Pass der Welt. Denn in 190 Länder können die Deutschen damit entspannt reisen. Im internationalen Vergleich sind wir damit im amerikanischen Henley Passport Index absolut top. Es gibt nur einen einzigen Pass auf der Welt, der einem die Tür zu 192 Ländern öffnet. Ein Pass aus Singapur. Jetzt mehr Nachrichten von heute kompakt. Wir sind ja Stauland Nummer eins und daran war heute, Achtung, eine kleine Maus schuld. Sie hat auf der A46 bei Meschede für eine Vollsperrung gesorgt. Die Maus ist wohl in der Nacht in einen elektrischen Schaltschrank im Tunnel gekrabbelt. Es ging nicht gut aus für die Maus und den Verkehr. Kurzschluss, heftige Folgen, Beleuchtung, alle Sicherheitssysteme im Tunnel wurden auf Batteriebetrieb gestellt. Mit Mann und Maus, also alle Techniker, musste man anrücken, um das Ganze zu reparieren. Jetzt wird nach dem Schlupfloch gesucht, damit aus der Mäusefamilie nicht noch einer kommt. Mehr Nachrichten. Mehr Nachrichten.